Borussia Dortmund Während der Länderspielpause testet Borussia Dortmund gegen Alemannia Aachen. Hier gibt's alle Informationen zur Begegnung sowie der Übertragung im Livestream. Ohne seine abgestellten Nationalspieler tritt Borussia Dortmund beim Regionalligisten Aachen an. BVB vs. Alemannia Aachen Wo und wann findet die Partie statt? Die Begegnung ist für den heutigen Montag terminiert. Anpfiff auf dem altehrwürdigen Aachener Tivoli ist um 18.30 Uhr. BVB vs. Alemannia Aachen Wo kann ich die Partie live sehen? Die Partie wird nicht im FreeTV übertragen. Dennoch können Interessierte das Spiel verfolgen. Durch ein Abonnement von Dortmunds vereinseigenen Sender BVB Total kann das Spiel angeschaut werden. BVB Total hat extra für das Testspiel einen Livestream eingerichtet. BVB Spielplan Die nächsten fünf Pflichtspiele Datum Uhr Zeit Wettbewerb Gegner Gegner 20. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga FB Stuttgart Stuttgart 24. Oktober 21 Uhr Champions League Atlético Madrid Dortmund 27. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga Hertha BSC Dortmund 3. November 15.30 Uhr Bundesliga Phil Wolfsburg Wolfsburg 6 November 21 Uhr Champions League Atlético Madrid Madrid Werbung Werbung Hitler Volks spel Werbung In Untertitelung des ZDF für funk, 2017